So, mal gucken, wo wir sind. Oh, jeeps. Na, ist die doch ein bisschen anders, oder was? Ja, keine Ahnung. Oder vielleicht sind die... Die Dungeons sind ein bisschen anders verteilt, würde ich sagen. Aber da... Sagen, das ist einfach, äh, random immer wieder. Nee, also du konntest ja beim Server erstellen, bei der Datei konntest du den Seed reinstellen von deiner Welt. Den hab ich jetzt immer quasi übernommen. Ich meine, die Welt sieht auch so aus wie meine, aber diese Art Dungeons und so, die sind irgendwie anders verteilt. Die sind Aroukoua Valley, da steht bei mir, dass sie der Rot ist, also sollten wir uns hier nicht unbedingt aufhalten zum Leveln, sondern irgendwann muss man hin. Deswegen sind die auch alle plus vier und alle sind scheiß, weißt du? Okay, wenn da unten sind welche? Ja, die sind alle viel zu mächtig, man. Klettert hier hoch, man. Komm schon, Eule. Flieg hoch. Boah, die ist so cooler am Klettern als du, man. Ach, ich hole dich ein. Ach, ich weiße. Können ausdauern. Ja, ich hab viel mehr ausdauern. Ist ja mein. Alter, jetzt muss ich warten. Alter, du bist so weit unten. Okay, glitsch mich jetzt irgendwie hoch. Oh, scheiße. Oh, war das hier oben? Oh, hau rein. Scheiße, Mann. Der hat mich da unerwischt. Haha. Ich gleich hoch. Jemals. Komm ich ab. Komm, Eule. Esse. Au. Boah. Ist so krass, das Schaden, man. Oh, Frosch, Mann. Boah, jetzt kommt der Wichser. Mann, der macht ein bisschen viel Damage, Mann. Klirbst du jetzt? Niemals. Lauf, Eule. Wart man denn irgendwie, ab dem Sinn, dass man halt woanders mal wieder spawnt, Nachteile, wenn man stirbt? Nicht, dass ich wüsste. Wüsste ich sowas, die nicht kaputt war. Nö, ich muss noch nicht öffnen. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Er folgt mir immer noch. Bilder für die Wichser von mir. Oh, hier sind so ein Zwiebel, Mann. Jetzt haut er. Nice. Nö. Oh, ist ein Hexer. Hey, wie bist du da denn zum Schwert? Zwiebeln von... Moin. Na ja, mal kicken, was das abgeht. Wenn wir hier unterwegs so'n Dungeon finden, dann können wir da mal rin gucken. Da gibt's eigentlich immer viele Gegner und auch eigentlich immer ordentlich Loops. Ja, aber ihr habt das hier für das falsche Gebiet für uns. Ne, das ist so zufälligerweise. Passt schon hier eigentlich. Ich meine, jetzt sind wir ja aus diesem anderen Tal raus, was rot ist. Und die sind nicht so'n krassen Gegner jetzt mehr. So. Ah, orange, alles klar. Das bringen wir jetzt um. Das ist noch einer. Ist der nicht gedrockt? Nö. Gucken, ob hier was ist. Der ist tot, ja. Der ist tot? Du, gleich. Ach. Ich sag dir noch. Die Flasche kann er nicht tun. Der ist tot? Kann ich mal, Mann. Kannst du ja haben, wenn du willst. Das ist ein Mage. Naja. Du musst immer erst mal gucken, was das ist mal. Der ist tot, dass der Mage steht. Ja, genau. Ja, halt. Viertel Sekunde, was da drin war, alter. Ja, bei dir legt es halt bestimmt. Hm, natürlich. Auf meinen eigenen Server. Und bei dir ist alles klar, oder was? Naja. Ich mach'n. Ob du das nicht mehr weißt. Ich kann ja mal auf Tank wechseln. So dass ich dann tanken kann und du nicht immer stirbst. Ich wäre ja mal sozial von dir. Dann musst du mich aber auch vorher hinlassen und nicht immer gleich Agro ziehen von dir. Ok. Oh naja, jetzt sieht gut aus. Ich hoffe, meine Eule zu schubsen. Like that? Ja. Warum hat die jetzt schon wieder XP verloren? Versteh ich nicht. Das ist so cool. Lässt dich. Vielleicht steig ich ja schon was eingesammelt für ein Pet. Nein. Nein. Das ist neidisch, meine Eule. Wirklich? Ey, lass mir Opa Pilze. Kannst du aber die Pilze nicht machen? Doch nicht. Später auch nicht. Doch nicht. Aber so. Teig's eingestellt werden. So was, ne? Läber sein Scheiß. Nein. Oh. Was? Zwei. Drei. Ich komm rein. Darfst du nicht? Klar, Mann. Warte, komm ich mal und will ein bisschen helfen. Wieder weg. Scheiße, ich finde. Ach, Mann. Ich hab mein Quick Slot keinen Dings gehabt. Keinen Heiltrank. Muss man immer haben, ist wichtig. Ich hab da halt meinen Pilz super. Ja, aber im Kampf kannst du ja mit denen nicht wirklich heilen. Ja, aber ich besitze ja keine Heiltränke. Ja. Dann müssen wir jetzt welche kaufen müssen. Oder zumindest diese Flaschen und so. Kapusener Dreihe. Muss man mal welche anfertigen wieder. So, jetzt wissen wir... Kaufen ist gut. Als ich in der Stadtwarte keinen Heilt machte. Naja. Jetzt ist ja irgendwo verkauft, was er nicht gebraucht hättest. Wo müssen hier so ein weißer... Ah, hier ist die Bomben, wo wir dich mal kaufen. Die habt irgendwie so eine Dinger, die kann man wegspringen. Irrige Blöcke. Mit Bomben. Ich glaub da hinten ist ne Höhle. Hier ist Bomben, woher. Da ist Euler Angriff. Boah, die macht viel mehr Damage als du man. Ja, wie ich's konnte ich einsammeln. Wo, ne? Scheiß wollte ich mal... Kapsel. Ja, Höhle. Aber hier oben? Nee. Oh da, Blume. Hab ich. Oh da, Blume. Oh, ne. Oh da, Blume. Na, Blume. Hab ich. Bleh. Dieb. Und widerlich. Nee. Äh, ja. Was hier? Oh, Wolf, der ist orange. Hm, die Wahl... schwache Hühner töten oder... die Wölfe, die stärker sind? drei über die bühne er ist orange tun und wenigstens blau er ist das blau der vor mir ist orange ja bloß die hühner bringt kommt in hau ich bin aber das ist viel stärkere gegner kannst du ja nicht angriffen das ist noch ein roter käfer er hat's schweiz ich erfahre den auch nicht naja da musst du mich voll lassen anders kann ich gar nicht schlecht hänken er macht mir immer so viel charme wie bei dir jetzt hat er dich hey der macht ein aoe charme so kann ich oh der wixer auslämischen jetzt ist schild rüttung jetzt freu gut nicht mit dem schild hier rumrennen weil er meint gar kein schaden ah mann naja das nehmen lieber das schwert drin das ist ja quatsch hier das machen wir gar kein damage boah jetzt bin ich aber acht kilometer weit weg gesprungen ich schaffe nicht meine schildkröten na die halten viel aus die schildkröten das ist eigentlich auch so ein pad das kannst du die holen irgendwann 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 irgendwie wird man finde wo hast du denn das gefahren bei einem naja so eine art dungeon halt da hat innerhalb diesen notschall droppt auslämischen alter ich musste drei ananas dinger essen hier damit die wieder voll bin das ist da hinten er ist schon schön hier Hä? Warte. Hä? Ich komm mal wieder zu dir, wie gesagt. Ja. Ja, Baby. Blöd, dass die Eule XP verliert, wenn sie tot ist. Ja, ich denk mal, eine Eule ist einer der schwächsten Viecher. Nee, mächtig. Jetzt spann dich mal, Alter. Alter, war ein Buchen. Ja, du bist ein Affe. Ja, wenn du haben willst, kannst du ja noch... Ja, lass das doch erst mal liegen, erst mal gucken, was das ist, Mann. Deswegen müssen wir auch mal hier aufteilen, Alter. Nicht, dass du immer nicht hier weg bist, was hier droppt wird. Ja, ich dachte, das machen wir noch, aufteilen und so. Nee, aber nicht mit dem Geld. Nein, mit die... Items. Hab doch bisher, was da geheimnisammelt. Alles, was hier droppt wurde. Ja, nee. Logen, Alter. Ich hab 15 Silber, 50 Coopers. Du hast 15 Silber? Ja. Aha, ich hab gerade mal 13. Sehr schwach von dir. Aber gut, das war das ins Aufteil. Und ich glaube, die ersten 12 Silber, die hab ich noch von gestern. Echt? Na ja. Also ich hab... Ja, ich hab die Anschein sammelt. Na, wie denn? Du gleich sofort... Du greifst da... Du drückst mehr E als die Maustaste zum angreifen. Haha, hier kannst du da immer lieber. Nee, den scheiß Bogen will ich nicht. Ich geb mir meine 10 Silber, die mir zustehen. Nein, gib mir den Bogen zurück. Nö. Aber 10 Silber kriegst du nicht. So, 7 XP. Nice. So, das steht ja alles im Chat drin, Alter. Wer was einser wollte. Na ja. Ist doch richtig so. Komm mal sehen, was du für Diebstahl gemacht hast die ganze Zeit. Ah, das sagt ja richtig. Was denn? Wo hab ich denn mal was geklaut? Müssen wir mal die Diskussion schon wieder anfangen? Äh... Wo denn? Wie heißt denn? Warte mal, ich muss kurz überlegen, bevor du mal alle gleich weggelootet hast, wo sich Jessa so oft so verregt hat. Ach. Äh, hier... Warte, bei der Teil ist. Wiss ich gar nicht. Äh, der wird direkt weglooten, wenn ich viel höher bin als hier, in der Stufe. Warte, der hält sich. Mann, du Arschloch! Ich bin tot. Ich pass nie auf, wie viel ich noch hab. Oh, ich glaub auch nicht. Scheiße. Quallos noch einen Schlag. Ach, Mist. Oder hier irgendwo. Jetzt ist meine Eule wieder tot. Komm, ich... Mo... was stimmt. Ab, ist das... eat! Ich kann nicht mal sehen... was für ein Level der neue hat. Level 2... Cooler als du... Level 2, bald. Die wär schon in Level 3, wenn das nicht immer XP komischerweise, warum auch immer, weggeht. Alter, ist voll die Klaut, eins. Oh, entschuldigung, eins. Hm, und du hast das andere bekommen, das ist natürlich ungerecht. Ja, aber ich hab die Arbeit gemacht. Ja, pfff. Scheiß Teamplayer. Ist das alles wieder einsam los, weil du so'n blöden Busch verprügelt hast? Ey, ich will so'n Hund haben, ey. Was hier vor mir steht. Sorg dir jetzt so'n Ding, womit du den zähmen kannst. Ja, aber... das braucht man einen Knochen? Sieht doch nicht. Los! Spann dich mal, Mann. Ist da oben. Voll. Ich bin bald angekommen. Okay, Nudge. Oh ja, rot. Ja, wir haben ein bisschen die Ohren gestellt. Ah, kein Bock, jetzt die anzugreifen. Immer nur die Schwachen. Oder die, all denen rumrennen. Die ist nochmal Nüsse. Stopp! Immer die Schwachen zerbrechlicht. Bam. Nice. Hat's viel prügelchen noch. Hier, HP fehlen mir noch. Das ist ne Schildkröte und so'n... Ich seh. Kobold. Kobold ist doch von unserer Seite, Mann. Ich weiß. Nice. Huh, ich hatte, Mann. Oha, ich habe die XP-Felme. Das ist ein Schäfer. Der will keinen Keks haben. Waschbär. Ah ja, mach mal. Nee, alleine nicht. Naja, zusammen auch nicht. Ich stirb meine Eule bloß wieder. Wissarot? Ja, bei mir auch.